Hallo und herzlich willkommen zu Letz... Alter Justus! Hallo und herzlich willkommen zu Letzplay Kodos by Globler Fenster für Multiplayer mit dem Sebastian. Hey, abonnieren! Und mit dem Justus. Abonnieren! Und mit mir, dem Alex. Ja. Hast du gerade gesagt? Kommandieren? Abonnieren! Alles klar. Nee, nee. Mit dem zweiten Part. Genau, von Counter-Strike Global. Oh mein Gott! Da steht ein Gegner. Aha, nein, 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 nein. Ein wildes Alex erscheint. Oh! Oh! Bist du, bist du tot? Oh! Ist der totet? Nee, ganz angst, bin ich in dem Game mit so auch nicht. Ja, ich kann das Team wechseln. Oh mein Gott, da ist ein Gegner. Oder? Nee. Oh, nee, wenn Justus zu mir kommt, dann kacke verkackt. Aber ich weiß, ich hab's, was haben wir diese Aura. Diese schlechte Aura war die Justus verbreitet. Ist euch mal aufgefallen, dass wir hier irgendwann fast im Eingangsschannel hocken und jeder hier in unserem Channel im TeamSpeak, den ihr übrigens mal gerne besuchen könnt. Oh mein Gott, ich hab's mir nicht durch. Nein, ich hab's nicht durch. Oh, stimmt. Wir hängen mir jetzt im Eingangsschannel vom Abonnenten rein. Oh mein Gott, ich hab die Bomben in Hand. Zervier, ich schieb vier. Wo sie mich? Ich mach jetzt C4 an C4. Nein. Ah! Wo sie mich? Wo sie mich? Wo sie mich? Friss mein C4. Ach so, ja, ich bin bei euch. Friss mein C4. Ja. Friss mein C4. Keine Ahnung. Ich mach jetzt hier einen auf Rambo. Oh, wo geht ihr her? Ach, du stirbst in 5, 4, fuck das. LOL. Du hast einen Kill und sogar einen Assist gekriegt. Ja sicher, ja. Ey, wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hallo, wo seid ihr? Hallo, wo seid ihr? Wenn du in meinem Team bist, dann verkack ich. Also geh am besten einfach. Nein. Noch ein Kill. Nice. Okay, ist B frei? Ja, B ist frei. Ich bin Rambo. Dann zähl ich mal bitte. Wo ist der? Der ist tot glaube ich schon. Ich glaube ich könnte. Der ist tot glaube ich schon. Der soll OpenSafe und guckt doch nicht. Mann ey. Komm, ich mach mal hoch. Ich weiß nicht, ich habe einen. Oh. Scheiße. Ja was war? Ich freue mich gerade im Keks, dass wir aber abgeschossen haben und dann kommt der Boom-Einschuss. Oh. Ja. Oh. 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 Jemand weiß wer jemand Edelrank bekommt und ich schreib nur so 1% wie auch. Ich bin so... Ey. 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 Er hat's leider gecheckt. Das geil zu wär's gewesen wenn er jetzt irgendwie Disconnected oder so ähnlich wie gar kein. So jetzt bist du gewesen. Ja. Ja, das freut mich gerade. Ja. 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 Hey, warum gehen wir mal in, ah, für 20 Sekunden im Vergleich kaufen ist das nicht mehr möglich. Nein. Full Flash. Full Flash. Full Flash. Oh. Ich lauf ins Feuer. Nein. Full Flash. Full Flash. Da mit Kilt, fast da mit Kilt. Nein. Nein! Oh nein! Sehr schön! Nein, du warst dran! Du bist das so super! Ja! Oh, so! Oh, Justus hier, der kleine Snacker hier! Oh, das ist der für die Gehnerungsschneider! Oh, das ist der für die Gehnerungsschneider! Oh! Set! Ah! Seid mal bitte leise, bitte! Ja, okay! Oh, da, ich bin jetzt... Na, dann von hinten, Alter! Da war Feuer! Das ist echt immer wieder ausrasten! Spray-Doh nennt man das! Oh, ich hab die Bombe! Ich hab die Bombe! Ich hab die Bombe! Oh nein! Oh nein! Jungs, wer bleibt denn sterben? Ah, ich hab Mollotop! So, wir gehen über... Ah! So hab ich jetzt beschlossen! Hä? Achso, ich hab schon alle... Alle liefen, Justus hat die Bombe! Hehehe! 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 Soing Flash! Swowing Fire! Swowing Fire! Walks gar nicht! Alter, die... Die Molotoppen alles hier nur zu, ja? Stimmt sowas, allen Ernstes! So, ich smoke erstmal den Kack hier! Zack! Alles wegsmoken! Einfach nur! Das einzig wahre... Smoken! Hehehe! Ba-bam-bam-bam-bam! Ich... ich... Knife ein bisschen hier! Ich plant A lang! Das Design hier! Nee, ist einer noch! Du plantest A lang! Okay! Wow! Ich hab's geflasht! Ich weiß nicht von wo! Hä? So, ich guck bei dem ein bisschen, weil ich cool bin! Von oben kommt einer! Oben kommt einer! Oben kommt einer! Oh! Boah! Sieh, du minderwertige Sau! Mensch, ey! Ja, mein A-Ming ist so schlecht, ganz ehrlich! Oh mein Gott! Ich hab mit BVB 09 gekillt! Captain Slow Hamburg, der kennt ihr auch nicht! Oh, Justus lesen, ne? Justus gibt 10 Sekunden! Justus! Ja, ich bin schwerer! Bester Spieler! Wer gehe ich nicht von so zu tun? Oh mein Gott, du bist so fucking awesome! Ich bin einfach so gut, ja! Ich hab 6 zu 7! Ich hab 6 zu 7! Ich hab fast ne positive KD! Ey, ich bin so voll! Ja, ich hab nur Platz! Ach, du scheiße, Mann! Du bist voll cool! Ohne Witz! Du bist richtig... Nein, also ich mein, das ist das Erste, du bist richtig cool jetzt! Ja! Hör mich auch lieber, Alex! Danke! Alter, wie man einfach nichts trifft mit der AK-Dauerfall! Doch! Man muss es... Man muss halt Spider machen! Ich... Ich krieg's nicht hin, ich bin so gut dafür! Du hast einfach keine Übung da! Oh mein Gott, was ist eine super Flash von mir hier! Weck mich! Nee, komm! Nee! Ich lege die Bombe! Ich schwul! Ich bin doof! Ich bin doof! Ich bin vollkommen idiotisch! Ich krieg die Bombe! Weil ich kugel! Mein Gott, ey! Ah, es regt mich grad leicht auf, ganz ehrlich! Man, alter! Justus, es rockt ja alles weg! Oh, ich so auf deinen Kopf! Ich hab' ich auch gehört! Ich habe ihn auch geil! Irgendwie so ein China-English oder so! Ich hab' ich auch geil! Ich hab' ich auch geil! Ich hab' ich back-up! Vergeh' mal bitte in die Grube, sonst verlierst du halt immer deine Ausflüste, wenn die Bombe her gut! Das ist für sie zu eh nicht mehr! Justus, guck mal links! Ja, was? Naja, es ist egal. Wo stand da? Nichts, nein, nein, nein. Ich bin nämlich diskriminiert. Hier, Alex, Erster und Zweiter, wir beide. Terroristen, Terroristen, Terroristen. Ich bin an die Terroristen gegangen. Ja, ich bin aber extra gegangen, weil ich an die Terroristen... Nein, ich hätte... Nein, bei Terroristen eigentlich... Nein, fuck, ich hätte... Ach, Mann. Ach, Scheiße, das ist... Unfair. Ja. Alles ist auf B. Lass alle auf B gehen. Du sollst... Ja, wo hast du das? Weil ich dich gesehen habe? Mitte? Du sollst... Keiner von uns ist B, außer ich. Ja, ich komm mal hin. Ich komm mal zu B. Aber dann sind noch ein paar andere. Die werden dich kriegen. Oh mein Gott, oh mein Gott, sind da viele Gegner. Oh, da ist ein E-Bion, ich treffe nix. Nein, ich werde dich nicht. Das sind die viele Gegner. Ich geh immer auch weg hier. Ahhhh! 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 Hey, warum haben die alle Gewehre? Da kann man mal verkusen. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ähm. Hätten noch keiner von uns ein Diffuse-Kit dabei hat, inklusive mir. Nein! Oh, du hässliche... Ja, die geht aber hoch, die kriegt keiner mehr. Oder? Doch. Oh, habt ihr verloren? Oh, 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 was? Ich, ich hab die Bombe defused, ich hab eure... Ohhhh! Ohhhh! Das tut mir aber leid. Ohhhh! 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 Ich würd sagen, G! Oder? Ne, Cutters Mitte würd ich sagen. Cutters Mitte würd ich sagen. Cutters Mitte würd ich sagen? Ja gut, dann... Ne, da würd ich... Ich würde ehrlich da nicht rausgehen. Ich hätte da schon einer mit Sniper, einer mit MG und... Und ich. Ich. Ohhhh! Ohhhh! Wir beide wurden in der Hand dann getötet. Noob Team all B, all B, camping, camping. Okay. Cutters Cutters, WTF, WTF. WTF. Warum schreibt alles doppelt? WTF, WTF. Ich schreibe ohne ich ja nen Gegner. Nein, 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 nein! Ich hab meine Waffe weggeworfen. Ah! Ah! Wie schreibe ich den Chat, Leute? Wie schreibe ich den Chat? Mit Y. Oh ja, Baby. Oh, ja. Warum ignoriert mich schon wieder jeder? Wie schreibe ich den Chat? Ja, mit Y. Das hab ich jetzt zweimal gesagt. Oh. Wir machen gerade einen sehr intellektuellen, ähm, weißt du, wir beschreiben gerade sehr Wo hast du denn denn, Sam, Alex, eh, okay, was denn, oh, you are flooding the server, nein, nein, oh, fuck, dum-dum, 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 ja, ich habe ihr meinen Headshot gegeben, super Justus, ich bin stolz auf dich, oh, da ist Justus, was, nein, der ist der böse, pass auf, dass das Captain Slow steht an den Double Doors und schießt gerade auf euch, und der ist so schlechter, Junge. Double Doors? Ja, aber Double Doors auf B. Ja, ja. Huh, huh, Justus, bester Spieler für die Master-Trapper, Juni, ich bin pro. Bist voll pro. Mhm. Du bist einfach sowas von pro. Schön wär's, ne? Ich meine, träumen kann man ja immer. Naja, genau. Schön, so zu träumen, Justus, ne? Mhm. Granate. Oh, Mann, er kochen Tocktailen die eigentlich immer alles hier, die minder, bemittelten Mitbürger. Sieg hat einen Kill gemacht, das läuft denn da schon wieder falsch. Haha, ich hab zwei Kills gemacht. Uhu. Nein, ich bin tot. Hm, verdammt. Nee. Nee. Ey, das gibt es doch nicht. Ey, warum, sollen mal ein paar mehr Leute mit auf B kommen? Oh, wo geht denn nochmal Team-Shit hier auf U, ne? Ja, wir nehmen jetzt aber auch schon wieder fast eine Viertelstunde auf, glaub ich. Ich kümmer mich schon da rum, dass du das, keine Sorge. Vulkos, alter, Captain Slow, ohne Diffuse geht hier um Diffuse. Mann, ist der dumm! Diff- Boah, Gott. Wir führen sehr intellektuelle Gespräche in der Chatbox, habt ihr das gemerkt? Boah, alter. So ein beschissener Noob, alter. So ein beschissener Noob, alter. Nein, ich hab so eine Dammelwaffe genommen. Will ich aber gar nicht. Alter, da soll mal welche mit B kommen. Ja, ich komm zu dir. Nein, auf meinem Team. Ah. Ich hab so ein Minerbe-Mittel des Vollidioten-Team. Macht denn uns unsere Mortal Kombat nicht schaden? Ne. Er hat so ein Team-Entdeck nicht an, ist da nicht, nein. Ja, klar, alter. Es macht doch keinen Spaß, ey. Mann. Alex, ich hab dich gedötet. Ich hab alle Kicks räume wie Alex. Nein, das bin ich. Ich hab alle Kicks nicht tot. Mann. Gottchen, 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 Gottchen. Nein. Folge 9. Leute, zwei von euch AFK hier. Oh mein Gott, mein Team ist selbst so dumm, AFK-Leute zu treffen. Oh Mann, egal. Na ja, die Folge nähert sich aber auch hier dem Ende hier. Schade, schade. Ein Satz mit X. Dean Winchester. Wollen wir heute noch was mit Winchester? Hey, bei South Park habe ich heute was mit Winchester gesehen. So, Leute, jetzt geht ich jetzt noch die Fresse, ja. Ein amerikanisches Repetitiongewehr. Oder eine Hauptperson aus der Serie Supernatural. Oh, deine Waffe bei Daisy. Ja, sagt die Justus, kommt schon. Haha. Fire in the hole. Deploying Flashback. René. Oh, in again. Flashback. René down. René down. So, was geht ab, Alex? Wo bist du? Ah, ich bin fullflashed. Genial. Wo ist denn du, Sebi? Mitte. Oh, da ist Justus. Ich will leben, was du noch hier ist, ja? Hier. Oh. Dann kam einer um die Ecke. Ach, nee. Und dann hat er dich um die Ecke gebracht? Was für ein Wortspiel. Ja. Weil diese Textur in hier einfach nur unklappend. So, um Flashback. Komm, okay, der O.S. Twin. Gut, ich bedanke mich, glaube ich, erstmal wieder fürs Zuschauen. Voll aus, Alter. Ja, voll aus, Alter, dass wir jetzt schon wieder zu Ende sind hier. Komm, komm, hier, du Topflappenkind. Und, ähm, ich bedanke mich für das Zuschauen. Wie immer. Ähm. Wir hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Das war jetzt ein bisschen, ein bisschen weniger Rede... Oh, warum ist das schon ein Gegner? Hallo, Sebi. Oh, jetzt ein bisschen weniger Redenfolge. Ich würde mich trotzdem wieder freuen, wenn du jetzt mal einschaltest. Ich glaube, du hast das und Sebi auch, oder? Ja, klar. Ich... Sebi, möchtest du dich nicht verabschieden? Ja. Bis dann. Sebi. Lol. Sebi. Er ist tot. Er ist definitiv tot. Oh, ich hatte mal ein Mikrofon looted, weil ich gerade getrunken habe. Davor bist du dumm, ey. Sorry, sorry, sorry. Ja, tschüss, Leute. Ja, ähm, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ähm, ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ich kann kein Ende finden. Tschüss.